Oh mein Gott, der beste Tag aller Zeiten! Heute ist mein Geburtstag und ich kann es kaum erwarten, heute den ganzen Tag zu Hause zu sitzen und Spiele zu spielen und mich mit meinen Freunden zu treffen und mich in die Schule zu müssen. Und jetzt hoffe ich, ich komme runter und dann kriege ich 15.000 Geschenke und einen riesen Schokokuchen und oh mein Gott, das ist mir der beste Tag aller, aller Zeiten! Hallo Mama, hallo Papa, wie geht's euch? Guten Morgen, Schatz. Alles Gute, Ronja. Könnt ihr vielleicht mal weg von eurer Zeitung und von eurem Tablet? Was? Und ist das Vanillekuchen? Ihr wisst, dass ich Vanillekuchen hasse. Nein, nicht undenkbar. Mama, ich bin allergisch. Ich kann keinen Vanillekuchen essen, das weißt du. Der war teuer. Ich kann ihn trotzdem nicht essen. Mann, ich habe mich so gefreut. Kriege ich wenigstens Geschenke? Was kriege ich? Geschenke? Ja, Geschenke. Heute ist mein 13. Geburtstag, da sollte man eigentlich eine Menge Geschenke kriegen. Ist so ein bisschen der wichtigste Geburtstag der Welt. Ja, klar. Ein neues Fahrrad. Oh mein Gott, wirklich, ich kriege ein neues Fahrrad. Wo ist es? Wo ist es? Steht in der Garage. Okay, ich hoffe, es ist ein pinkes mit einem Körbchen vorne dran, wie ich es schon immer wollte. Danke, Mama. Danke, Papa. Ich kann es kaum erwarten. Hier ist gar kein Fahrrad. Das ist ein braunes Golf-Card. Das darf ich nicht mehr fahren, wenn man dafür den Führerschein braucht und nicht als 13 wird. Mama, Papa, warum steht ein Golf-Card in unserer Garage und warum ist das so hässlich? Und wo ist mein Fahrrad? Äh, ja, Golf-Card, nicht Fahrrad. Ihr wisst schon, dass ich das nicht fahren darf, bis ich 16 bin und hättet ihr nicht irgendeine andere Farbe nehmen können? Ups. Irgendwas anderes? Nicht braun? Seid doch dankbar. Oh mein Gott. Schlimmster Geburtstag aller Zeiten. Kann ich wenigstens zu Hause bleiben, weil in die Schule gehe ich heute sicherlich nicht. Vergiss es. Wie vergiss es? Es ist mein Geburtstag. Wir durften immer als Geburtstagskinder zu Hause bleiben früher. Warum jetzt nicht mehr? Du musst in die Schule. Ich muss gar nichts. Ich kann machen, was ich will. Ich bin jetzt 13 Jahre alt und es ist mein Geburtstag. Ihr könnt mich nicht zwingen, in die Schule zu gehen. Geh in die Schule. Ich geh hier gar nicht. Und ich fahr auch nicht mit meinem blöden Golf-Card, weil das nämlich illegal ist. Jetzt. Okay, ich geh in die Schule, aber nur, weil ich selber will. Wir sehen uns nie wieder. Oh, jetzt regnet es auch noch gestern. Meine Haare richtig nass und meine Klamotten auch. Und ich bin zu spät zur Schule und jetzt werde ich wieder eingetragen. Hallo. Ronja, was machst du hier? Meine Eltern wollen mich nicht zu Hause lassen. Ronja, zu spät. Es tut mir leid, heute ist mein Geburtstag und wir haben heute noch morgens, äh, waren wir ein bisschen später dran. Tut mir leid. Ich muss dich eintragen. Damit habe ich schon gerechnet. Mist, wie dumm. Oh mein Gott, Lucy, du glaubst gar nicht, was ich für einen furchtbaren, furchtbaren Tag hatte bis heute. Meine Eltern haben mir einen Vanillekuchen gekauft, obwohl ich allergisch bin. Und dann habe ich nicht mal Geschenke gekriegt. Und stattdessen steht jetzt ein dummes Golf-Card bei uns in der Garage in Braun. Und ich darf das nicht mal fahren, weil ich nicht 16 bin. Das ist ja schrecklich. Ja, oder? Und jetzt darf ich nicht mal Schule schwänzen an meinem Geburtstag. Komm, lass uns was machen. Was willst du machen? Wir müssen ja hier sitzen bleiben, oder? Schwänzen. Ich habe eine Idee. Okay, weißt du was? Der Tag kann nicht schlechter werden. Lass uns schwänzen. Komm, wir hauen ab hier. Los, lauf. Okay, ich bin schon raus. Was soll das? Komm zurück. Oh, komm, wir müssen schnell raus hier. Los, komm mit. Wo gehen wir hin? Oh mein Gott, der blöde Regen hört auch gar nicht wieder auf. Das ist wirklich der schlimmste Geburtstag aller Zeiten bisher. Warte, es schneit sogar. Ist das Hagel? Warte, wir gehen zum Starbucks. Du weißt, dass ich mir das nicht leisten kann. Ich habe jetzt nicht wirklich Geld für meinen Eltern gekriegt zum Schulmittagessen. Hallo, willkommen. Hi, ähm. Hey, was machen wir hier? Wir haben kein Geld. Pistronja, pass auf. Kann ich bitte ein paar Muffins haben? Lucy, was machst du? Wir haben kein Geld dabei. Ja klar, hier bitte. Lucy. Oh mein Gott, ein so ein Muffin kostet sicher drei oder vier Euro. Wir können uns das nicht leisten. So, ein Dutzend Muffins. 35 Euro bitte. Ach, habe ich doch gesagt, dass es so teuer wird. Pistronja, lauf. Was? Ähm, wir können doch nicht einfach die Muffins klauen. Hey, wartet. Die, die ruft hinter uns. Die hat sich doch unsere Gesichter gemerkt. Da war auch noch eine andere Kundin hinter uns, die dran war. Die weiß doch sicher, wer wir sind. Oh mein Gott, jetzt blitzt es auch noch. Oh nee, warte, der Regen hat aufgehört. Hey, cool. Das wird besser. Was machen wir jetzt nächstes? Willst du denn ein Geburtstagsoutfit? Ähm, ja, ich will ein Geburtstagsoutfit. Na dann komm. Warte, klauen wir das auch? Ja, oder? Warte. Wo gehen wir hier lang? Sind das die Hintereingänge von den Läden? Oh mein Gott, ist das der Rockstar? Pst, schleichen. Okay, okay, okay. Äh, einmal rein. Okay, die scheint beschäftigt zu sein. Ähm, dann nehme ich hier einmal ein paar Hosen. Ah, nee, die sind furchtbar hässlich. Oder soll ich ein Kleid nehmen? Ich glaube, ich nehme ein Kleid. Wie findest du das? Sieht schön aus, oder? Los, schnell. Okay, okay, wieder hinten raus. Und... Oh mein Gott, wir können hier weg. Das sieht richtig hübsch aus. Oh mein Gott, hast du den Preis da dran gesehen? Das waren 200 Euro. Oh mein Gott, wie cool. Okay, okay, illegale Sachen machen macht so einen Spaß. Vielleicht hole ich mir nachher noch mein Golfcard. Ähm, ich habe was Neues. Okay, okay, was hast du als nächstes? Komm mit. Okay. Bester Geburtstag aller Zeiten. Oh, nein. Nein, wir gehen nicht wirklich zum Brunnen. Ich weiß, wir haben schon immer gesagt, wir wollen im Brunnen schwimmen, obwohl das highly illegal ist. Aber machen wir das? Gehen wir im Brunnen schwimmen? Ist das der Plan? Oh, doch. Okay. Hier ist auch, glaube ich, keiner. Hier ist nirgendwo Polizei. Die Stadt ist wie leer. Wahrscheinlich wegen dem Schnee. Oh mein Gott, der ist auch noch beheizt. Wer beheizt einen Brunnen, wenn er nicht will, dass Leute da drin schwimmen? Okay, auf drei springen wir rein. Eins, zwei und drei. Hi, yippie. Oh mein Gott, das macht so viel Spaß. Beste Idee aller Zeiten. Oh nein, das ist die Polizei. Hey, was soll das? Hört auf damit. Wir haben gar nichts gemacht. Und dann wollen wir ja schnell. Oh, warte, warte, was ist das Auto hier klauen? Hier schnell rein. Und wir hauen ab. Ihr kriegt uns niemals. Oh, ab Allah. Ich habe, wie gesagt, meinen Führerschein nicht. Ich bin jetzt 13 Jahre alt. Und okay, niemals. Okay. Oh mein Gott, lass uns zum Flughafen fahren. Und dann nehmen wir einfach den nächsten Flieger und keine Ahnung, wo der hingeht. Dann findet uns die Polizei eh nie. Okay, hier ist der Eingang. Und schnell raus. Los, komm einfach in den nächsten Flieger. Okay, wir haben zwar keine Ahnung, wo der hingeht. Aber hier ist gerade einer. Und ich glaube, die wollen gar keine Tickets mehr kontrollieren. Okay, okay. Schnell hier rein in die Sitze. Und unauffällig tun. Wir sind hier auf einer internationalen Geschäftsreise. Und wir müssen ja auch bald ankommen. Oh mein Gott, wo meinst du? Fliegt der hin? Wie aufregend. Boah, Ronja. Das ist ein Privatjet. Ja, es ist richtig hebsch hier. Oh mein Gott, wie aufregend. Oh, ich glaube, es geht los. Es ruckelt alles schon. Und wir sind in der Luft. Bin so gespannt, wo der hinfliegt. Liebe Passagiere, hier ist euer Kapitän. Wir kommen in unserem Flug nach Hawaii. Ich hoffe, ihr habt eine angenehme Reise. Oh mein Gott, yay. Wir sind auch noch richtig lucky. Wir können uns an den Strand setzen. Und wir können uns breuen. Und wir können leckere Sachen trinken. Und wir können schwimmen. Ich habe kein Bikini dabei. Hier, nimm mal einen Muffin für den Weg. Oh mein Gott, ja. Gestohlene Muffins schmecken gleich doppelt so gut. Oh mein Gott, beste Idee aller Zeiten. Oh mein Gott, der Milchshake ist so toll. Ja, und die gestohlenen Bikinis machen alles so viel besser. Guck mal, wie schön und kristallklar blau das Wasser hinter uns ist. Und niemand ist hier. Scheint gerade wirklich keine Saison zu sein im Urlaub. Nichts könnte diesen Trip ruinieren. Das ist wirklich wahr. Es ist so schön hier. Ich wünsche, ich könnte für immer hier bleiben. Warte, was ist das? Nein. Das ist die Polizistin von unserer Stadt. Ist die uns gefolgt? Halt, stehen bleiben. Was heißt denn stehen bleiben? Wir sitzen hier und trinken Milchshakes. Ihr seid verhaftet. Oh nein. So, das war es mit diesem Video von meinem Geburtstag in Brookhaven. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert den Kanal. Da verpasst ihr nämlich keine neuen Videos mehr. Und dann sehen wir uns im nächsten. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.